Gusskrümmer oder Rohrkrümmer? Das ist die häufig gestellte Frage. Wenn ihr euch für euer Turbo-Umbauprojekt überlegt, ob ihr einen Rohrkrümmer oder einen Gusskrümmer nehmen wollt, stellt sich die Frage meistens durch den Einbauplatz. Wenn ihr genügend Platz habt, um einen individuellen Rohrkrümmer zu fertigen, dann solltet ihr dies tun. Ihr solltet aber auf bestimmte Sachen achten. Wenn ihr den Platz nicht habt, müsst ihr meistens zu einem Gusskrümmer greifen, den es fertig gibt. Sollte es den nicht geben, müsst ihr auch hier wieder zu einem Rohrkrümmer greifen und dann darauf achten, dass alles richtig ist. Der Grund, warum man häufig einen Rohrkrümmer nimmt, wie wir ihn jetzt hier an unserem Beispielmotor haben, ist, dass man die Längen der einzelnen Rohrführungen, das heißt die Längen der Abgaskanäle bis zum Turbolader, genau ausrechnen kann. Dadurch habe ich gleichmäßige Längen, wenn ich es denn entsprechend so bauen kann, und habe eine wechselweise Zündreihenfolge genau am Einlass des Turboladers. Das heißt, das Abgasrad wird wunderbar gleichmäßig angestoßen durch die Abgase, die sich dort bilden. Das Bullying des Turboladers ist dadurch relativ gleichmäßig und auch schnell durch fehlende Verwirbelungen. Und ich kann eine hohe maximale Leistung fahren, eben auch wegen fehlenden Verwirbelungen, weil ich viel im gleichmäßigen Fluss durch das Abgaskäuse bekomme, ohne den Abgasgegendruck zu erhöhen und ohne hohe Temperaturen zu erzeugen. Der große Nachteil oder der Knackpunkt ist meistens ebenso in der Konstruktion des Krümmers. Man muss hier auf bestimmte Dinge achten, wie zum Beispiel das Material. Nehme ich ein günstiges Material, kann ich natürlich günstigen Krümmer fertigen, aber es ist nicht so langlebig. Nehme ich ein teures, hochwertiges Material, sind natürlich die Kosten ziemlich hoch. Insbesondere dann, wenn ich viel Verschnitt habe, weil ich viel rumprobiere, was zusammenhefte, was zusammenschweiße und wieder abschneide. Abhilfe dafür schafft dieses tolle Plastikmodell, was wir hier so schön zeigen, was aber leider aktuell noch nicht lieferbar ist. Ich denke mal, das wird noch eine ganze Weile dauern. Die Firma, die das fertigt, hat diverse Schwierigkeiten und hat sich das auch ein bisschen einfacher vorgestellt. Soll auf jeden Fall in Zukunft helfen, Material zu sparen und den Krümmerbau einfacher zu machen. Was den Krümmerbau schon einfach macht, sind die Sammler, die wir anbieten. Wir haben wunderbare CNC-Sammler, die perfekte Rohrführung haben. Das heißt, der Teil, der wichtigste Teil am Turbolader, der ist schon mal sichergestellt durch das Sortiment, was wir anbieten. Natürlich bieten wir auch alle einzelnen Rohre, Bögen etc. an, um so einen Krümmer zu bauen. Aber dennoch ist es nichts, meiner Meinung nach, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, nichts für den Hobbyschweißer. Es sollte dann doch jemand machen, der eine gewisse Erfahrung mitbringt und auch ein bisschen Ahnung von dem hat, was er da macht. Denkt dran, so ein Krümmer fährt in der Regel mit um die 1000 Grad Abgastemperatur. Das müssen alle Schweißnähte und alles aushalten. Das heißt, ein großer Nachteil ist, die Konstruktion des Krümmers, wenn es denn falsch gebaut wurde, kann es dazu führen, dass der schnell kaputt geht oder reißt. Zusammengefasst nochmal die Vor- und Nachteile des Rohrkrümmers. Vorteil, gleichmäßige Rohrführung, dadurch ein sauberes Spooling und eine hohe Endleistung. Durch den Eigenbau habe ich zudem eine hohe Flexibilität, was die Position angeht, wo der Turbolader verbaut wird und wie die Rohrführung verläuft. Und ich habe natürlich die freie Wahl, welche Flansche ich verwende, was dann wieder auf das Abgasgehäuse des Turboladers zurückschließen lässt. Und halt internes Waysgate, externes Waysgate. Ich bin demnach entsprechend sehr flexibel. Zudem habe ich die freie Wahl des Materials. Verschiedene Rohre und Bögen gibt es fast in allen Materialien. Und Flansche etc., da wird es vielleicht ein bisschen komplizierter. Aber auch da habe ich eine sehr große Auswahl und einen eigenen Einflussbereich. Die Nachteile, es kann anfällig sein, wenn es falsch verschweißt ist. Der Krümmer kann reißen, kann an manchen Stellen brechen. Ich habe eventuell nicht den Platz, um die komplette Rohrführung gleich lang zu bauen. Und es kann natürlich durch die Zeit, die man investiert, durch das Material, was verschnitten wird etc. auch ein sehr teures Projekt werden. Bei einigen Konstruktionen von Rohrkrümmern ist es notwendig, dass der Turbolader abgestützt wird. Es gibt häufig lange Konstruktionen, die dann durch Hitze weich werden. Das heißt, ihr müsst hier unbedingt an eine Abstürzung des Turboladers denken. Die Alternative zu einem Rohrkrümmer ist ein Gusskrümmer. Hier habe ich mal ein klassisches Modell aus einem Grauguss, wie es die günstige Variante ist, wie es häufig gefertigt wird. Und mit einer sehr einfachen Rohrführung. Die Rohrführung kommt natürlich daher, dass der Einbauplatz entsprechend vorhanden sein muss in dem Fahrzeug. Und so ein Gusskrümmer wird ja immer für verschiedene Motoren oder den gleichen Motor in verschiedenen Fahrzeugen gemacht. Das heißt, er soll eine hohe Flexibilität in Variationen anbieten. Natürlich muss so eine Gussform gefertigt werden. Ich stoße bei so einem Gusskrümmern immer an die Machbarkeiten einer Gussform. Und eine Gussform ist in der Regel natürlich auch ein teures Unterfangen. Das heißt, es müssen auch große Stückzahlen produziert werden. Gusskrümmer werden deswegen meistens nur für Motoren angeboten, wo man auch erwartet, dass eine entsprechende Stückzahl rumkommt. Wie man hier in der Rohrführung sieht, habe ich hier natürlich keine gleichmäßige Längenführung. Dadurch entstehen hier diverse Verwirbelungen und Ungleichmäßigkeiten in der Abgasführung. Und ich habe demnach kein sauberes Spooling, was ich halt vorhin beim Rohrkrümmer erwähnt habe. Und ich habe auch eine begrenzte Endleistung. Ob man den Unterschied jetzt spürt, ist die andere Frage. Wer je nach Situation zu so einem Krümmer greifen muss, der macht auf jeden Fall nichts falsch. Es ist günstig, weil die in hohen Stückzahlen gefertigt werden. Und es ist natürlich entsprechend schon vorgegeben, wo der Turbolader verbaut wird. Und ich muss mir da nicht große Gedanken über irgendwelche Rohrführungen machen. Natürlich bin ich bei sowas immer sehr eingeschränkt, was das Flanschbild angeht. Ich muss mich jetzt hier natürlich darauf versteifen, dass ich hier einen T25 Flansch verwende. Und ich habe keine Möglichkeit, ein externes Waysgate zu verbauen. Das heißt, es würde für mich nur Abgasgehäuse, T25, internes Waysgate in Frage kommen. Die Krümmer werden dann teurer, wenn sie komplizierter werden, weil dann auch wieder die Form und die Entwicklung dafür komplizierter werden. Und dann gibt es zum Beispiel solche wunderschönen Krümmer, die hier schon eine Rohrführung ähnlich einem Rohrkrümmer haben. Man sieht hier sehr deutlich die einzelnen Rohrführungen. Man versucht es natürlich getrennt zu halten, dass keine großen Verwirbelungen entstehen. Man hat hier eine wunderschöne Führung in das Abgasgehäuse. Das heißt, hier wurde schon ein bisschen besser konstruiert, um die Nachteile eines Gusskrümmers zu vermeiden. Ist auch hier ein Top-Mod-Krümmer, lässt sich einfach lösen. Und zudem kommt dieser Krümmer noch in D5S, welches als, ich sage jetzt mal, eines der besten Gussmaterialien für Krümmer ist und dementsprechend teuer. Das heißt, umso höherwertiger das Material im Guss, umso komplizierter die Form des Gusskrümmers, umso teurer sind diese dann auch, aber auch umso besser für Leistung, Spooling etc. Also nochmal zusammengefasst die Vor- und Nachteile von Gusskrümmern. Er ist einfach verbaubar, weil alles praktisch vorgegeben ist. In der Regel sind die Krümmer günstiger, je nachdem wie komplex sie aufgebaut sind und welches Material ich habe. Und wenn der Krümmer natürlich bei uns am Lager ist, habt ihr ihn deutlich schneller und könnt euer Projekt viel schneller starten. Ein Vorteil von Gusskrümmern ist auch noch, dass es meistens eine kürzere Rohrführung gibt und dadurch ein früheres Ansprechverhalten. Der Turbolader dreht durch die kürzere Abgasführung, durch die höheren und schnelleren Abgase, dann häufig schneller hoch, wenn die Rohrführung entsprechend gut konstruiert ist. Und damit komme ich auch schon zu den Nachteilen. Der Nachteil ist das begrenzte Angebot. Gusskrümmer werden natürlich nur für die Motoren gemacht, die häufig gebaut werden. Und wenn es einen Motor gibt, der sehr oft gebaut wird, hat man die Auswahl. Ist der Motor ziemlich selten, hat man die Auswahl natürlich nicht. Und ein weiterer Nachteil kann das Material sein, weil einige Krümmer, insbesondere auch bei älteren Motoren, gibt es nur im einfachen Grauguss. Und die sind in der Regel nicht so temperaturbeständig wie jetzt ein neues Modell in Edelstahl gegossen oder ein D5S. Da muss man manchmal ein bisschen Abstriche machen. Ein weiterer Nachteil könnte auch das Gewicht sein, weil Gusskrümmer sind häufig mit einer dickeren Bandstärke gegossen. Und damit, zumindest bei gleicher Baugröße, deutlich schwerer als ein Rohrkrümmer. Und zu guter Letzt habe ich selten eine freie Wahl an Flanschbildern und ob ich mit extern oder internem Wayskate fahren möchte. Die Frage, ob jetzt der Rohrkrümmer oder der Gusskrümmer das Richtige ist, kann man pauschal nicht beantworten. Ich hoffe, mit dem Video einige Fragen geklärt zu haben und eure Entscheidungen leichter gemacht zu haben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid.